Im Zeitalter der Informationsüberlastung bevorzugen Konsumenten Bilder, welche eine schnelle und bequeme Informationsaufnahme ermöglichen. Damit ein Bild mittlerer Komplexität so aufgenommen werden kann, dass sie später auch wieder erkannt wird, sind ca. 1,5 bis 2,5 Sekunden notwendig. Im Vergleich hierzu können in demselben Zeitraum ca. 10 Wörter erfasst und aufgenommen werden. Im Regelfall vermitteln diese 10 Wörter jedoch deutlich weniger Information über einen Sachverhalt als ein Bild. Und speziell im Bereich der Vermittlung von emotionalen Eindrücken spielt die Geschwindigkeit einer Bildkommunikation eine noch größere Rolle. Die Vorteile der Bildkommunikation innerhalb der Werbung oder im Rahmen der Werbung zeigen sich vor allem dadurch, dass die Aufnahme und die Verarbeitung von Bildern eine geringere Anstrengung des Empfängers benötigen und somit auch bei wenig involvierten Menschen eine gewisse Wirkung an den Tag legen kann. Und der zweite Vorteil von Bildern ist, dass im Vergleich zur sprachlichen Information der Unterhaltungswert deutlich größer erscheint und dadurch stärker aktiviert und besser erinnert wird. Als Fazit kann somit festgehalten werden, berücksichtigen Sie dieses Wissen im Rahmen der Gestaltung Ihrer Werbeanzeige, vor allem bei wenig involvierten Konsumenten. Vielen Dank!